Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead Und weiter geht's mit... Na, das lädt noch, das lädt noch Na komm Ach, sind wir da in Richmond? Sind wir endlich gekommen? Was jetzt? Ich habe einige schlechte Nachrichten. Lass mich sagen. Wir sind verloren? Nicht genau. Was dann? Wir haben zwei Fahrzeuge in der Unterpass. Es gibt zu viele, die zu überprüfen. Wir müssen noch ein paar von ihnen aus dem Weg gehen. Hey, ich komme auch. Keine Arschung. Lass uns, wenn etwas passiert. Oh, Eleanor. Weißt du, Eleanor? Sie haben den Abzug. Ich kann mir einfach keinen Namen mehr. Oh, komm mal. Komm, Freunde. Schönerg, Junge, Mann. So. Dann rutsch mir noch mal ein bisschen. Wer weiß. Wie läuft's, Junge? Wie läuft's, Junge? Konrad sieht nicht so gut da hinten aus. Tell me about it. Er ist ein guter Mann, Javi. Ich habe ihn seit langem kennengelernt. Das ist... nur ein dunkler Tag für ihn. Ja. Schau auf ihn für mich. Okay? Ja. Oh, der will mich wahrscheinlich irgendwann töten. Ja, dann drück mal da. Das war's. Ja. Ich weiß nicht. Das war's. Ja, Arschung wurde. Ich weiß nicht. Ich verspreuchte, dass die Dinge nicht verändern. Das war's. Ich checkiere. Ich hole mich nicht. Ich hole mich. Wie läuft's? Wie läuft's? Sie sch الإ, ich schreически, was fast vielleicht. Nein, sieh? Hol mal rein da. Na komm, ich rede mal mit Conrad. Ja, das ist gut. So, okay, Franchen, was sie machen? Ich habe dich und Clementine gesprochen. Also? Wir sprechen nur. Sie sieht ziemlich cool. Aha. Was ist das? Was ist das? Hey, Clem. Was ist denn? Es ist kompliziert. Ich hatte ein Freund. Sie namen war Jane. Manche Menschen ist schön. Aber es endet immer wieder zu schmerzen. Keine Ahnung. Was ist das? Ah, sie macht mir immer wieder zu sagen. Was ist das? Was ist das? Hä? Wie kann ich denn noch hin? Oh. Gucken meine ich? Oh toll, da ist bestimmt noch was Fettes drin. Aber was ist die Tür? Aha! Und? Was ist das? Drecksack. Oh. Was er dabei hat. Nehmen wir doch mal mit. Der Sack. So. Äh. Nehmen wir das mal. Wir ziehen das andere Auto weg. Wir brauchen es irgendwie. Schrauben Schlüsse voran. Jetzt kann ich das Kabel ausziehen. Äh. Verbinden. Nein, nein, nein. Alles gut, ich glaube. Die Kabel geht wahrscheinlich bei meinem Glück noch gleich im Arsch, ey. Dann benutzt ihn mal. Ich hoffe, das wird festhalten. Bestimmt. Hier geht nichts. Hey! Hier geht's! Ich denke, wir sind fertig. Wir sind gut? Be ready to move once the wreck is clear. We should be right behind you. Will do. Get the walkers! Was? Oh Gott. Meine Ladies. Hol sie all. Hol sie dir. Ich kann nicht so schnell schießen. Ah, ich kann nicht so schnell drücken. Oh Gott. Ich bin manchmal... Ich guck überall hingucken. Oh, die Knöpfe sehe ich dann schnell. Ich will alles sehen, Mann. Nochmal. Huh. Jetzt aber hier. Krass. Hä? Hab doch gedrückt. Oh Gott, ich werde ja noch 500.000 Mal sterben wahrscheinlich. Meine Fresse. verscheiden. Was, Harry? Haut ab Leute, tschüss, wir sehen uns in der Hölle! Was klingt das denn immer so? Einsteigen, wegfahren Oh Gott Alter, was ist denn so ein Pissen draußen? Mann ey, dieses Sterben, ne? Kleinen Moment, geht sofort weiter Scheiße Scheiße So, nochmal Scheiße! Die Van! Wir haben größere Probleme hier! Oh Oh Geh! 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 kann ich nicht erschießen nicht wir sind zu ist ein das 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 ist Wer hätte denken über das? Wir haben keine Wahl. Wir müssen den Weg raus. Ich bin nicht sicher, dass ich die Gefühle mag. Großartig! Das ist einfach großartig! Was werden wir tun? Entschuldigung! Entschuldigung? Ich werde nicht entschuldigung! Elinor ist da allein allein! Wir würden uns sogar noch mal in diesem Scheiß, wenn es nicht für dich wäre! Das ist nicht wahr! Entschuldigung, Conrad! Woa, woa, woa! Stop! Es gibt jemanden da vorne! Was? Woa? Scheiße! Ich sehe alle! Warte! War das alles ein Schraub? Schau dir die Hände. Kann man eine Schraubung haben. Wer ist da draußen! Wir wollen keine Probleme, okay? Was ist das? Er ist weg. Jeder bleibt hier und schau dir hinter dem Schraubung. Ich werde sehen, was ich kann herausfinden. Sei vorsichtig. Wenn ich jetzt alles wurde! Ich habe mit dem Schraubung. Wir kommen hier hinten ein Schraubung. Die Entscheiben, die Autoren, die Hereinigung, die Töne ist überhaupt nicht. Das ist das ein Schraubung. Das ist ein Schraubung. Ich kann's nicht so weitermachen. Mer". Was war das? Barsch. Ich will mich jetzt da vorne. Oh, 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 oh. Was angespannt? Der macht bloß keinen Ärger, man. Bitte nicht. Der. Oh, Gott. Ja, dann. Ich werde nicht schreien. Nicht, wenn du mich verletzt hast. Ich möchte nur sprechen. Du hast mich? Ich möchte nur ein Wort geben. Lass die Schreie. Das wäre mir nicht sehr smart, würde ich? Du, die zwei Leute da, die Kinder, die Frauen in der Auto. Ich habe dich verletzt. Ich habe das kleine Argumente. Ich habe dich verletzt. Ich habe dich verletzt. Wenn du eine Art Schreie verletzt, dann erzähl ich mich jetzt. Sie sind guter Leute. Sie haben viel verloren. Natürlich. Wir haben alle. Ah, die Schreie. Das macht Sinn. Du gehst nach Richmond. Das sagt mir, du hast etwas zu tun. Ich weiß nicht, was da passiert. Die Frage ist, wer Seite du willst? Schau, Mann. Ich weiß nicht, was du... Nicht! Schau, Mann. Sie kennen sich bestimmt auch, oder? Clem kennt irgendwie alle mit dabei. Ja. Ach. Ja. Er ist einer von ihnen? Hey, Mann. Was bedeutet sie? Wer ist sie? Wer ist sie? Du kennst das, was ich zu sprechen. Der neue Frontier. Was? Nein, ich bin nicht mit diesen Mann. Du hast das zurück. Avi, dieser Mann ist voll von verdammel. Du willst mich sagen? Was ist das Problem? Wie können wir glauben, was du sagst? Ich denke, er ist mit diesen Mann. Ich sage dir, ich bin auf dem Weg nach Richmond, wie du. Ich verabschiede mich mit einigen Leuten da, als die neue Frontier kam. Was hast du gesagt? Die neue Frontier? Sie kam nach Richmond? Die Zeit? Nein. Drip. Du hast dich nicht vergessen. Du weiberst das. Elinor und Kate. Die sind in den Mitteln der Beteiligung. Der Beteilig. Wir kommen jetzt wieder auf den Weg zu diesen Mann. Was werden wir tun? Was werden wir tun? Alle. Just bleiben Sie. Hblep. 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 Wie lange wollen wir dieses Weis XV zu werden? Sie werden uns entzündet. Was haben wir sie erst einmal bevor zu kommen? Das ist wirklich nicht notwendig. Obvi, Mann, nicht. 信st du mir oder nicht? Hast du mir überhaupt noch Vertrauen? Ich vertraue dir nicht. Mein Gott. Clem? Was hat die jetzt schon gemacht? Clem? Was ist da los? Wo ist das Kind hin? Ich kann hier nicht schlafen. Keine Angst. Es wird okay sein. Oh, komm mal. Clem, Clem, Clem. Wo ist das? Sch. Sch. Sch., J.J. es ist fühlt sich hier hier Das ist gut, kleine Ali. Hey, ich kann dich hören, lass mich rein, bitte. Oh Gott, es gibt so viele. Bitte, nicht weg mir hier. Oh, Scheiße. Hey, da. Hallo. Ein sehr großartiger Teil von ihnen. Aber es wird passieren. Endlich. Stop talking. Do what I say. And you might survive this. Yes, ma'am. Oh, Scheiße. Fuck, man. Hey, Jerry, ich komm gleich wieder. Goddammit. Well, ich würde sagen, wir machen eine ziemlich gute Team. Die zwei von uns. Well, die drei von uns, ich meine. Danke, ich glaube. Kein Problem, kiddo. Anytime you need an oversized doorstopp, you know who to call. He's a cute kid. You guys living here? You seem kind of young to be a mom. What are you, 13? I knew his parents. But they're gone now. I'm all he has. And he's cute and lucky. He has someone looking after him. Not much of that anymore. We were out there scouting. Nothing out of the ordinary. And then... Ordinary. And then... Chaos. Shit. Those bastards are slow. But goddammit, when there's enough of them. I got separated from the others. God. I hope they all made it. Thought we were ready for anything. I'm sorry about your friends. We've been in hotter spots than this for sure. My people are probably at the rendezvous by now. What's left of them at least. By the way, I'm Ava. And my group... We call ourselves... The New Frontier. Oh... Huh. He's hungry. Hey. Why don't you come with me? Meet my people. We have food. Blankets. Bottled water. Come on. Dinner's on me. I owe you one. It sounds good. It sounds great actually. Once the hurt is gone, my people will find us. T-Tops were done a decade ago. But I've heard, you can get through. Here's hope. Javi. I need to talk to you. Die haben den Kleinen bestimmt. Scheiße, so habe ich entschieden. So habe ich wahrscheinlich entschieden. Hätte ich gesagt, nein, ich komme nicht mit. Es war ein Fehler. Und so war es nicht zu sagen, dass sie dir über das Thema. Sie haben Mariana gebetetet. Sie sind zehn Jahre alt. Wie ich gesagt habe, ich bin nicht für Ihre Entschuldigung. Ich habe nur zu erklären, weil wenn sie wirklich in Richtung Richtung in Richmond sind, ich kann sie nicht sehen, ich kann sie einfach nicht sehen. Also wenn wir den anderen Seite dieser Tunnel kommen, bin ich weg. Nein. Sie sind alle auf uns befreundet? Sie hören alle das? Sie kommen von dort. Kannst du sehen was? Sie sind überall! Schau! Sie sind. Hau sie weg! Hau sie weg! Oh, Karate geht. Ja, das finde ich auch mal. Komm schon! Wolle wolle wolle. Der ist weg! Wolle wolle! Wolle wolle wolle. Wolle wolle! Wolle wolle! Better find a way around it or we're fucking them. Maybe we can just go through. Well, does it open? Thank fucking God let's go. We can't have those walkers following us, Javi and I will block the door. You guys go ahead and make sure it's clear. Take it fast. We'll be right ahead of you. Oh man. I'm staying here. Hold the door shut until I can find something to baracade with. Hurry. Hobi! Ah, schade! Ich werde das Ding umgehen. Hobi, sie sind fast hier. Hobi! Ich kann nicht... Es gibt zu viele! Hilfe! Seht ihr das durch. Jetzt! Jetzt! Okay, gehen wir! Wir müssen... Ich würde das Schrauben nicht auf die Schrauben, Frau. Du bist sowas, Cowboy. Was machst du? Du denkst, ich bin dumm? Endlich deine kleine Geschichte. Jetzt. Wir müssen... Wir müssen weitergehen. Nein, du musst sprechen. Schrauben die Schrauben, Komrad. Nicht bis sie auf die Schrauben. Was? 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 Ich wusste es. Du bist einer von ihnen? Du bist richtig. Du bist richtig. Du bist eine Schrauben, Frau. Was andere Schrauben hast du auf die Schrauben? Huh? Ich bin unglaublich. Sie hat eine Recht auf die Schrauben, wie du eine Recht auf die Schrauben. Die Schrauben sind nicht der Punkt. Du hast die größere Schrauben, Frau. Du hast nicht gesehen? Wir bringen sie zu Richmond. Sie werden uns was wir wollen. Die Schrauben für Kate. Sie ist unsere Schrauben. Sie werden nicht mit dir schrauben. Sie werden nicht mit dir. Du sie nicht wissen. Sie werden nicht wissen, bis wir versuchen. Sie ist keine Schrauben. Sie ist eine Schrauben. Sie ist ein Freund. Oh. Du Fixer, Alter. Du Fixer, Alter. Keine Lust auf so einen Scheiß, Mann. Mach mich wieder aggressiv, Mann. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Sie sollten beide gehen. Was für dich? Ich finde meine eigene Weg. Nein, Clem. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Es passiert so schnell. Ja. 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 Scheiße. Mann, 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 Mann. Da ist was los. Wo ist Conrad? Wo ist Conrad? Wo ist Conrad? Wo ist Conrad? Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Also ist es? Es war... Aber nur... Es war... Konrad! ig, Mann, Mann. Ja. Was ist dort? Wie fragt für dich. Oh Gott, ich... Der Heble ist Conrad. Und die Frau, wo ist sie? Ich wollte eigentlich sagen, was du tot ist. Was? Verfickte Scheiße hier. Mann! Ich hätte ja mehr Zeit für die Entscheidung. Hey! Naja, ich sagte nichts. Was ist das Auto? Das ist Auto! Hey! Bleib es. Kate? Kate, kannst du mich hören? Kate, sprich mit mir. Sag etwas. Javi? Ja. Ja. Ich könnte wirklich nutzen was, um zu entfernen. Oh klar. Oh, Jesus Christus. Du hast mich überrascht. Das ist klar. Kate! Bist du... Bist du okay? Komm her. Wo ist Elinor? Sie... Sie... Sie musste helfen. Sie hat nicht zurückgekommen. Verdammt! Sie müssen sie haben. Jesus, wie weit ist es zu ihren Komponenten? Nicht zu weit, oder? Hintergrund. Nicht bescheuert. Gäbe, ich sie vorhinein. Ich denke ich, wir kommen zu den voran und machen, ob wir es müssen. All right, gut. Hier geht's. Was ist das für dich? Hier ist es. Neue Richmond. Neue Richmond. Wir sind hier, Kate. Ich werde dich in die Mitte holen, okay? Javi, wenn sie mich beschützen können, wie geht es dir, dass du und ich endlich den Weg in Norwegen nehmen? Die Northern Lights. Erinnerst du dich? Die Schuhe ist alle grün und bürblich. Wenn wir Zeit machen, um die Grenzen zu kommen, dann bin ich. Jesus, es gibt eine gewisse Möglichkeit, dass das nicht unsere Weg gehen wird. Wenn du dich nach unten möchtest, dann würde ich dich nicht schuldig. Hey, this is where I was going in the first place. Hey! You again? You must have some kind of death wish. She needs medical help. And you help one of our people. Uh-huh. What's your point? After what you did to our people? I'm not inclined to help any of you. I am begging you, please, help us. If we don't get her to a hospital, she'll die. Then I guess she's gonna die. It was your men that shot her. Your bullets. You owe it to us to help now. We don't owe you shit. It's got nothing to do with me. Your people, your problems. That girl your people shot? That was her daughter. And the other one, Gabe? He's right here beside me watching her die. You can stop this if you want to. Please. Kate's dying. She needs help. It's not like I don't have a heart, okay? But your people started this whole fucking thing in the first place. Let's not forget what you did at Prescott. What you did to our home. Prescott, right? That whole situation was a damn mess. It happened. It's over. Not that I can do about it now. Please, I am begging you. Just let us in. All of you, lower your weapons. Might be a good idea to play along here. At least for now. You put him down. I'll see that as an expression of good faith. Nice and easy. Or else this is gonna end bad. Everybody. Put him down. Trip, please. You're the boss. Yeah, okay. Hands behind your heads. All of you. We let him do this. It's over. We can't give him another inch. For Kate, okay? Now, get on your knees. If he was gonna kill us, I think he'd have done it by now. Do you hear me? I said knees. Oh, man. Yes, you were serious about this after all. What the hell is going on out here? They said they weren't here to hurt anybody, so I was trying to see if they... Oh, my God. What's going on? Dad? Oh. Perfekte Scheiße. Was ist da denn los? Ich dachte, er wäre tot. Also, habe ich ja nicht gesehen, aber ich dachte... Oh, Gott, ey. Ist das der Chef, dieser... Oh, er... om es hat auf... Ja... Use... Er... Und... Ich... Er... Er... Thomas... Jag... Er... 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 Was hast du auf der Wilds und Kitsch dreinträgiert? Ja, 60% haben das gesagt. Ja, der Hund muss da raus. 0,8 Spiele haben versucht zu verhandeln. Nee. So nicht. Einfach drauf. Hast du Jesus vertraut? 86% sogar. Ich dachte erst, ich bereue es. Na gut, kann ich noch bereuen, wer weiß. Wie hast du auf Kornas trunken? 90% haben wir getötet. Das ist eine klare Ansage. Wie weit bist du gegangen, um nach Richmond zu kommen? 95% sogar. Fast 96%. Das ist auch schon mal her. Wir müssen Kate ja retten. Gut. Ich würde euch sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. The Walking Dead. Episode 3. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Bis dann. Tschüss. Wir sehen uns. Herr streets.